herzlich willkommen zu einem neuen video heute gibt es einen vergleich von zwei von den besten p1 böllern die so auf die deutschen markt gibt blitzkartusche cobra 1 von die blasio elio und blitzkartusche cobra 2 von die blasio elio cobra 2 sieht so aus ist wirklich richtig ein fettes teil ihr seht ihr im größenverhältnis zu meiner hand mit zwei gramm bks und hier cobra 1 ist meine empfehlung die sind ja im vergleich auch zum preis leistungsverhältnis viel viel besser als die zweier aber schaut euch das video an bildet euch selbst eine meinung und los geht's cobra 1 jetzt im vergleich dazu cobra 2 noch mal direkter vergleich cobra 1 mega stark echt die sind der wahnsinn cobra 1 und jetzt nochmal cobra 2 im vergleich dazu also jetzt mein zwischen fazit für mich cobra 1 der absolute testsieger denn auch preis leistungstechnisch hier haben wir circa 10 euro für 10 stück und hier 15 euro für zehn stück und hier haben wir fünf stück für 15 euro das ist wirklich extrem heftig deswegen tendiere ich auf jeden fall zu der cobra 1 so 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 Untertitelung des ZDF, 2020